Oh, wie er mich schon anschaut. Oha? Wir haben einen Besucher? Ist das der? Ja, das ist der. Wie heißt der denn nochmal? Ja, Uncle Duncan. Garret, es ist gut, dich zu sehen. Sie sagten, du warst in der Wehrwood-Tree. Warum bist du hier? Ich hab dich vermisst. Was bringt dich hier? Ein Geschäft mit einem Nachtwacht. Eine Erkennung von Iron-Wood-Schilden, um dich aus dem Weg zu verhindern. Das ist dann fertig? Ja, die Erkennung ist in Ordnung. Wie kann ich helfen? Ja gut, aber eigentlich kann er nichts mehr tun, oder? Ja, ich hab dich vermisst. Ja, ich hab dich vermisst. Ja, ich hab dich vermisst. Glaubst du es? Für Kenneth Fenton? Wie soll ich es finden? Die erste Chance, dass du nach vorne gehst, fahre es. Und dann? Lass die Nachts Watch hinter dir und schreit auf dir selbst. Das ist kein kleiner Request an mir. Ich weiß ja nicht. Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Ich weiß ja nicht. Es ist nicht ein anderes Weg? Wo ich nicht zu schreiten meine Worte? Wenn es so wäre, würde ich das nicht fragen. Das würde dir helfen. Das wird dir helfen. in Lord Forrester's Strongbox Eine Karte? Toll Oh Okay Sie sagten, es sei eine Citadel. Könnte es das sein? Nein. Nein, es könnte nicht so einfach sein. Es ist hier irgendwo hidden. Okay, da muss irgendwas noch versteckt sein. Was ist hier? Hör die Wehrwoods' Whisper. Ein Mammoth? Ha! Diese Karte fehlt nur Grumpkins und Snarks. Und das kann nicht real sein, Uncle. Kann man das nicht irgendwie umdrehen? Vielleicht ist da auf der Rückseite noch was. Es ist nicht leicht, hier mit dem Gamepad wirklich alles abzusuchen. Was hat es da mit auf sich? Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Okay, wir drehen es mal nach rechts. Da ist es doch schon. Das sieht irgendwie nicht so aus, als wäre da was. Das auch nicht. Dann legen wir es mal hier hin. Ne, das sieht auch irgendwie nicht richtig aus. Oh. Oh. Oh, ach so. Ich tue, was ich kann. Ich habe ja nur so ein bisschen Bedenken, dass der Finn die Map irgendwie in die Finger bekommt. Das wäre fatal. Ich hoffe, ich habe nie einen von diesen wieder geöffnet. Sprechen wir mal mit Cotter, ob wir ihm das erzählen. Ich denke, er nicht, oder? Ja, das war klar. Ich meine, klar, er ist ein Freund und den könnten wir wahrscheinlich gut gebrauchen, aber trotzdem... erst mal ist Vorsicht geboten, würde ich sagen. Okay. 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 Was ist los? Das Messer! Warum helfst du mir? Warum helfst du mir? Ich bin eine Freundin, Frau Meera. Mein Name ist Tom. Wir helfen uns, oder es ist beide unsere Hände. Was hast du da damals gemacht? Ich habe dir einmal gesagt, dass es Menschen, die dir helfen würden. Menschen, die dich leben wollen. Ich bin hier, um sicher, dass das passiert. Aber warum? Wer? Oh. Jetzt will sie nämlich wissen, was los ist. Danke, dass du mich gerettet hast. Es ist nicht, was du denkst. Es ist eine gute Beziehung. Es ist wirklich nichts, Sarah. Er ist eine Freundin. Wirklich? Ist das so? Komm schon. Marjorie erwartet uns in der Throne Room. Wir wollen nicht zu spüren. Du kannst mir alles erzählen über diesen Lord Tarwic auf dem Weg. Na gut. Erstmal, sein Name ist Garibald. Und er hat einen wirklich lustigen Akzent. Er hat mir erzählt, die kläberste Geschichte über dieses Festivale... Und ich habe den Musikern eine Liste von Songs zu spielen für Joffrey. Ich glaube, Sie haben keine Probleme mit den Reinsen von Kastamir? Ich glaube, Sie haben alle die Standards entschieden. Aber nur zu sein, ich habe eine Liste von Wedding Ballads wir favorieren in Highgarden. Ihr Grace? Meine Lady? Sie haben eine Liste von Jürgen? Sie haben alle die Universität. Sie haben alle die Ehre gegräte! Sie haben alle die Möglichkeit, sehr auf ZWEG gewösem. Sie werden die ehre tiesst, Sie haben alle die Nachrichten, Probleme zu hören. Ich nehme mich darum. Sie haben alle die Hände. Sie haben alle die Zeit davon vor. Sie haben alle die Warten. Du bist dann auch schon. Sie haben alle ber superstigen? Sie sind? Ich fragte deine Handmaiden hier an der Iron Throne, whom sie würde sein, wenn sie zu wählen zwischen dir und dem König. Sie hat dich entschieden. Aber jetzt, sie setzt den König zuerst. Ich bin froh, dass du solche Leidenschaften von Leidenschaft nicht verletzt hast. In jedem Fall, es ist entstanden. Die König-Garde bleiben mit Joffrey. Deine Handmaidens werden dort sitzen. Die ist so mies. Ganz ehrlich? Sie weiß gar nichts, oder? Wir haben ihr nämlich bis jetzt noch nie irgendwas erzählt. Ich will doch keinen Ärger machen. So müsst ihr sagen. Ich meine, sie weiß das ja schon mit der Familie. Wir hatten sie ja auch damals nach dem Brief gefragt. Okay. Ich bin froh, meine Frau. Ich habe ein Fehler gemacht. Ich habe ein Fehler gemacht. Es wird nicht wieder passieren. Bitte nicht zurück. Bitte nicht zurück. Das kann nicht wieder passieren. Ich bin froh. Ich bin froh, mein Frau. Ich liebe mich. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, ich freue mich, dass wir ihn in dieser Episode auch wieder sehen. Oh Mann, und er kann nichts ausrichten mit den Verletzungen. Was ist das? Es ist eine Parade von Geidmänner, wenn ich meinen Weg habe. Was ist das? Sends, now! Get out of my sands! Das sind sehr starkes Worten. Für einen Krippel, der nicht mit einem Schaden kann. All of you, show your respect to Griff Whitehill, 4th-Borne son of Lord Lud Whitehill, und Kommander von diesem garrison. Cocky Roderick, wir used to call you. Ruhige. Swinging your prick round, lording it over my family. Now look at you, eh? Roderick the Ruined. I hardly recognise you. But the name fits, don't it? Pathetic. I've had enough of this, Griff. What are you trying to prove here? I had to get your attention, didn't I? Always so busy beating your own chest, Roderick. I don't think he gets it. No, Lord. I don't think he does. Your brother, Ethan, didn't get it either. You bite your tongue. I am in charge now. And the first thing you need to know is that if I am not happy, no one is happy. So my men are taking over your great hall. That's where woke water from now on. Bit of fess. What? You can't. You'll have to go through me. I won't have my men sleeping out in your barn in shit and filth. I don't care if you're happy or not. You'll quarter what I tell you. I wasn't fucking asking, Roderick. And what's more, you will keep my men right. I've heard what you've done, pushing wine on them, turning them into drunkards. That ends now. I'm not here to keep them in line. I'm here to keep you in line. You think you're being clever? I've seen to it, your men have the same provisions mind you. Times are hard. They're treated as guests. As they should be. This is against the king's law. You've no right to make such demand. I have every right. We're here under the orders of Roose Bolton, warden of the north. So I will be in your halls. I will be in your courtyard. I will sit on your fucking council and be in your bedchamber if I bloody won't please. You can't do this, little bastard. You can't just do whatever. We'll do what we were sent here to do. You're mad, Griff. This is my house and you will do as I say. Why should I listen to some cripple with half a face? Now! Me and my men will take our place in your hall. Unless you think you and your army can stop me. Zumindest werde ich versuchen, ihn aufzuhalten. You know better than that. You know where we'll be. This is outrageous. Wir stoppen auf jeden Fall. You can't go in there. We can and we will. Unless you want this all to end right now, eh? I'm the only lord here. Come on. Elder Fass.